Musik Oh, das sieht schon anders aus. Ich habe noch einen kurzen Schnitt gesetzt, für eine halbe Stunde nur noch 100 GB, das ist schon ein Unterschied. Demit, demit, demit. Oh, ernsthaft? Ja. Hast du auch in die Spins geguckt? Die Spins sind also obligatorisch für Magazine und... Oh, Hungry and Thirsty, wow. Für Munition und... Du musst dringend was essen, verdammt. Kannst du das nicht irgendwie wieder aufprobieren? Was kannst du? Kannst du das nicht irgendwie wieder aufprobieren? Mhm. Es gibt zwar einen Bug, aber das bringt dir bei der Mosin nichts. Und Bug-Using ist immer so eine Sache. Es gibt ja einen Grund, warum sie damaged ist. Ich muss ganz dringend was essen und trinken. Das ist nur die Frage, wollen wir das hier machen oder lieber eine Wälder? Ego war woanders. Hier ist Richtigkeit. Okay, dann lass mal Richtung Mischkino. Yolo. Hm. Lässt mir aber trotzdem keine Ruhe. Vielleicht war es ja doch der andere Typ und wollte uns erschrecken oder so. Vielleicht war das gar keine Absicht, dass er uns trifft. Weil das war schon krass. Ich habe ja still gehalten. Hätte ja eigentlich auch direkt treffen können auf der kurzen Instanz. Und weshalb hatten wir ja gesagt, wir wollten Celeno mal durchlooten, ne? Wegen Mosin-Munition. Was machen wir denn? Hingi, sag an. Ich weiß es auch nicht. Weil was bringt dir das, wenn du keine funktionierende Munition hast und Mischkino auf den Sniperl sitzt, weißt du? Bringt rein gar nichts. Dann lass mal vorsichtig durchlooten. Versuch mir, ich habe hier Zombies. Jaja, bring rein, der wird gleich eingesperrt. Wo ist er denn? Ah, hier. Opa, komm her, hier. Au, wie er mich trifft und zum Bluten bringt, ne? Hm. Komm mal her, hier. Ich bleib mal kurz stehen. Okay, jetzt müsste er eigentlich... Immer noch nicht. Bring ihn ins Haus. Bring ihn ins Haus. Ich muss mich mal bandagieren. Oder so. Hast du ihn? Ja. Okay. Gute alte Art. Genau. Hoppala. So, dann werden wir hier hinten mal die Häuser durchschauen, ob wir irgendwas finden. Brauchen hier nur mal Munition. Ach nee. Ja. Vor allem alles damaged. Ach, hier gibt's kein Loch. Toll. Autos sind... Autos sind auch gut. Manchmal. Ich bin im grünen Haus. Altos. Altes Medichaus. Ich glaube, das liegt an meinem PC. Dieses Problem. Meins? Sie im Wahn? Vielleicht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde ja schon höher tun, aber... hier sind grüne. Grüne? Grüne. Schuhe. Auch eins? Ne, was denn? Bandanas. Ach, Bandanas. Ja, gerne. Aber in grün, ne? Das ist doch egal. Auf dem Eckhaus, oder wo? Oben? Ach nee, im roten bestimmt, ne? Kannst du mir das mitbringen? Ja, ich komme mal kurz rein. Ist egal. Zwei Meter schaffe ich noch. So. Also ein rotes nehmen, oder ein lilanes. Bäh. Ne, das da drüben ist doch schön. Tada. Perfekt. Hat da noch so ne grün? Ich hab jetzt gedacht komplett grün. So ne grüne. Ach, Mann ey. Das ist doch voll doof, ey. Findet man Mosi-Munition. Die ist auch noch komplett kaputt. Weißt du, mit Worn, glaub ich, geht's auch gerade noch so. Ach so, ja. Immer stehen die Waffe in der Hand halten, ne? Weil, ey, diese Tür, ne? Die geht mir nicht aus dem Kopf. Die... Ja. Wohl, dann haben die ja dann zweimal geschlossen. Ich hab die auch gelöst. Ja, einmal auf und einmal zu, ne? Ja. Ich bin noch drin im Haus hier? Ne, ne, ich bin in Garagen. Welches Haus? Ah, in dem Rückenhaus. Ach so, ne, ich bin rechts von dir in deinem Zaun. Geh du grün, ich geh rot. Oder so. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob ich jemals Munition wieder in solchen Häusern gefunden hatte. Das ist irgendwie... Ich bin schon ewig keine Reihenhäuser mehr abgegangen. Das wird allerhöchste Eisenbahn, wirklich. So, das hab ich noch nie sein gelassen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Wenn wir zusammengespielt haben, äh, geht's auch wieder rein. Aber so im Stream, da geht's immer aufstehen, ja, weiß ich nicht, anziehen und ab zum Airfield so ungefähr, weißt du? Das ist so straight durch. Mhm. Ich geh sogar ohne Munition auf, nach Mischkino. Das ist... Und vor allem entscheidend ist ja, dass die Munition meistens dann in Klamotten versteckt ist, ne? Das ist ja das Krasse. Muss halt immer an die Klamotten rangehen mit Tab und gucken, ob da irgendwie Munition drin ist. Muss ich mich richtig dran gewöhnen. Ich vergesse das jedes Mal. Bin das... Ich weiß nicht, an wie viele Hosen ich jetzt schon hier vorbeigelaufen bin. Ja, das meine ich ja. Das meine ich. Da muss man sich ja wirklich dran gewöhnen. Was war denn jetzt vorhin schon wieder diese blöde Hose? Hä? Hier hat jemand was zerrissen. Oder... Oh, was? Oder Rex geteilt oder sowas. Eben gerade? Eben gerade, ja. Warte mal. Vor allem die Seite ist offen und die andere Seite nicht. Okay, es könnte sein, dass hier in der Hausreihe jemand ist. Weißt du? Nein. Ich stehe aktuell ganz still. Hier beim... steh ich immer noch still? Ne, ich hab gerade einen Schritt gemacht, um... Oh. Dann bist du neben mir. Dann bist du selben Haus in so einem... Genau, und gegenüber liegt auf der anderen Seite. Doppelhaus. Ja, ja. Mach gerade mal die Tür auf. Doppelhaus? Ja, ich hör dich. Du bist parallel von mir. Ja. Und gegenüber liegen... Ähm... Ich habe gerade was gehört. Komm mal rauf. Komm mal rauf. Was? Komm mal rauf. Komm mal rauf. Ich bin draußen. Ich bin aber auf der anderen Seite. Hier. Hinter dir. Hinter dir. Da drüben. Da drüben. Ich war gerade in dem Haus da drüben und da wurden irgendwie Racks zerrissen oder sowas. Ich geh wieder mal drüben. Jetzt höre ich gerade Waffen klappern links. Oh, Alter. Was ist hier los? Vor allem, weil einige Türen komplett offen sind, andere nicht. Weißt du, wie Durchgangstüren halt. Jetzt wenn ihr mal vorne reingeht, hinten raus, dann in die nächste. wiewir sind. Du bist wunderschön mit der Schwere. Wunderschön. Wunderschön. Die Kanteien ist ein Weißer. Wunderschön. Sie sind damit. Wunderschön. Wenn sie ein Stadterrechen im Wunderschön. Was meinst du gerade? Ja, der ist irgendwie weg, der Typ. Keine Ahnung. Wie viel? Ja, gegenüber von der Polizei. Ja, genau da. Bisschen weiter, naja, in der anderen Richtung halt weiter. In so einer kleinen... Guckst du? Links von dir? Ich hab hier gerade so ein bisschen auf Polizei gespektet. Aber ich glaub, hier ist nichts mehr. Bist du wieder weg? Bist du im Durchgang, oder was? Ja. Okay. Gehen wir zur Polizei. Hm. Ja, ich hab keine Ahnung. Wir können natürlich mal Mischkino versuchen. Da wirst du auf jeden Fall... Na, was heißt auf jeden Fall? Du wirst höchstwahrscheinlich Munition für die Mosin finden. Aber bis dahin ist das natürlich jetzt hier so... Weiß ich nicht. Oder wir gehen erstmal wie Wommeliebills. So weit ist das auch nicht mehr. Na los. Ja, was? Irgendwas müssen wir hier machen. Ja, wollte ich grad sagen, genau. So eine Minute. YP. Okay. Du gehst mir jetzt schon wieder hin. Ich bin auf das Schulgelände. Das sind Autos. Ich guck gerade wegen Musi-Munition. Das sind noch die blöde Axten. Ich habe keine Ahnung, was mit dem anderen ist. Merkwürdig. Alles gut bei dir oder blutest du? Ja, blutest du. Okay. Hinter dir an der Mauer. Und dann hier rüber wollen. Durch den Wald durch. Und da hinten zwischen den Tannen mal kurz essen und trinken. Weil es wird echt Zeit. Bei mir. Hm. Untertitelung. ... Ja, Geht sonst ein neues? Bitte? Geht sonst ein neues? Äh, weiß ich nicht. Hast du schon gehört, ich nehme mit irgendein Hinkey auf. Habe ich gehört. Ja, 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 total krass. So, wenn ich mir jetzt mal. So, du musst mir das mit den Kugeln kommen. Wies ich auch nicht. Die ist mir zugelaufen. So. Toll. Habe ich. Ja. Hast du irgendwie ein Messer oder sowas in der Tasche, um Dosen aufzumachen? Weil das einfachste ist? Ein Dosenöffner, ne? Ja. Cool. Klingt nach am Plan. Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit. Vor allem hast du ihn selber gefunden. Mhm. Ich weiß. Aber da denke ich doch nicht dran, ne? Ich gebe ihn dir aber auch gleich zurück. Ich mache gleich alle Dosen auf hier bei mir. Hab ich noch irgendwo was? Nö. Da. Ja. Und dann kriegst du mir eine Dose da rein. Hä? Hab ich? Oh, naja. Ist egal. Prost. Du hast gerade Reis gegessen. Dann hat sie mir jetzt auch noch das Ding ruiniert. Oh nein. Aber es müsste trotzdem noch funktionieren, ne? Oder? Kannst du mal sehen, wie old er war. Du sind Weibel. Du sind Weibel. Du gibst denen immer etwas, was schön ist. Und die machen immer alles kaputt. Das. Oh Gott. Du hast gar nichts. Ah, alles klar. Was ist das da? Du hast gar nichts. Ist das ein Spieler da hinter uns auf dem? Warte mal. Ne. Oh, ich wollte gerade sagen, da hat sich jemand hingekniet. Ist eine Lady mit dem roten Shirt. Oh. Meine Fresse. Nicht mal in Ruhe essen kann man hier. Ach so war das. Synchron essen. Synchron Waffen ziehen. Oh. Und Tinky stoppt sich auch gerade was im Magen. Ich brauche auch nachher noch was. Hast du eine Idee, was ich essen soll? Ich hab hier noch einen Nugget. Sollt ihr den für Post überficken? Ach super, ja. Bis dann bin ich verhungert. Bestimmt. Oblich? Mhm. Ja, ich sag mal so, äh. Ich denk mal, ich würd mir dann noch ein paar schöne Bratkartoffeln machen, oder so mit einem Spiegelei oder so. Mal gucken. Oha. Oha. Mhm. Jetzt hab ich einen richtig geilen Rucksack und der ist leer auf dem Rücken. Geil. Also ich war ja fleißig mit Mühen, ne? Mhm. Wie auch hier ankommt, ne? Nicht vorbereiten. Ja, äh, doch. Mit rotem Rucksack und rotem T-Shirt. Genau. Genau. Muss mich bei irgendeinem alten Kriegsveteran einschleimen, damit er mich mitnimmt. Ich geh voll equipped mit Mosin und AK und 20 Scopes im Rucksack. Ja. Und ich mein, mit der Munition für die Mosin hat's jetzt nicht so geflatzt, ne? Aber. Ne, das hat's wohl ganz und gar nicht. Okay, ready? Okay. 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 ip.